Entschuldigung, es gibt ein Sicherheitsproblem. Ich muss jetzt hier mal kurz den Tisch abscannen. Es gibt hier, glaube ich, ein Sicherheitsproblem. Ich vermute, dieser Tisch ist gestohlen, weil der scheint ziemlich gold zu sein. Aber es scheint kein echtes Gold zu sein. Es ist okay, es ist genehmigt. Ich bin abgelenkt vom Klumpi. Oh Gott, die reißen uns gleich die Scheibe an, ich sehe es kommen. Er ist sehr verliebt. Tut mir leid, ich muss schon sagen, er ist schon ein richtig geiler Typ. Komm, nicht hinkommen. Er ermuntert ihn nur. Er ermuntert ihn nur. Er ist ja sicher. Er ist ja sicher. Er ist ja sicher. Das ist ja sicher. Er ist nicht ganz gut.